So, willkommen zurück. Das sollte eigentlich der letzte Part jetzt sein. Also entweder der letzte Part von diesem Spiel oder der letzte Part, den ich heute aufnehmen kann, weil ich hab keinen Platz mehr. Ich weiß gerade nicht, wie man Subtitles einstellt, aber ich werde jetzt einfach mal hier die Musiklautstärke auf Null setzen. Bitte? Hallo? Was ist denn der Mist? Wartet mal, mach ich das auch noch auf Null? Ja, es liegt daran. Ich weiß nicht, ob er trotzdem Stimme hat. Was? Ja. Geh her. Du. Oh, was hast du mit meinem Wächter gemacht? Du kannst mich nicht aufhalten. Wir werden unseren Plan durchsetzen. Ihr seid alle verloren. Und du? Stirb! Oh, oh. Okay, machen wir den Sound wieder an. Okay, jetzt habt ihr alles verstanden. Das war, glaube ich, alles, was der zu sagen hat, denn jetzt wird er bald nicht mehr reden können. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier muss ich hin. So. Das machen wir auch wieder so oder so. Der ist mal weg hier. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden seine Attack gemacht, aber ich habe hier sowas. Das kann auch... Ach, du Kacke, der kann mich dadurch lähmen. Warte. Warte. Okay, ich will mal kurz diesen Bogen anlegen. Ich bin immer noch gebrutzelt, auch wenn ich hinter dem Bücherregal stehe. Toll. Okay. Legen wir doch mal diesen neuen Bogen an hier. Drachenreiter. Oh, jetzt habe ich zwei. Oh, witzig. Das Spiel ein bisschen verarscht. So, okay, komm her, du Mist. Hast dir das runtergefallen? Hey, nein, ich tue auch noch. Toll, der ist einfach da runtergesprungen. Jetzt, hallo, lass mich nochmal kurz. Hallo. Ich will doch nur gucken, wie stark der Bogen ist. Mann. Was spielst du da? Hat er abgedreht. Okay, überspringen wir diese... Rede kurz. Das geht doch nicht mal. Ach, Mann. Jetzt müssen wir das nochmal anhören. Soll ich lieber danach speichern? Und du, sterb. So, dann speichern wir nochmal kurz. Und jetzt kämpfen wir eben mit unserem geilen Schießgewehr dagegen. Du schießt mich nicht ab. Scheiße. Oh, okay. Oh, fuck. Wenn ich mich jetzt damit triffe, dann bin ich schon wieder... Oh, fuck. Okay, Glück gehabt. Oh, nein, was wollen die denn jetzt hier? Oh, nein. Toll, jetzt kann ich gar nichts machen. Die dämlichen Trottel sind mir voll im Weg. Okay, ich hab mich mal wieder getroffen. Aber naja, das dauert hier eine Weile und das ist gar nicht so einfach. Die hätten ein bisschen früher kommen können, ne. Ich war jetzt erstmal fertig. Und dich auch, Bastard. Oh, Mann, ey. Echt, warum wollen die mich alle so nerven? So, jetzt aber. Seid ihr hinüber? Einmal. Und du auch gleich. Und der Simerion, oder wie er hieß, dürfte jetzt auch wieder runtergefallen sein. Es ist zwar nicht vom Spiel geplant, dass er runterfällt. Man sollte ihn eigentlich nur durch Flankampf besiegen sollen. Aber er fällt halt einfach mal runter. Noch ein Ring der Unbezwingbarkeit. Den brauche ich aber nicht unbedingt. Er fällt halt einfach mal runter und kann ihn auch im Nahkampf besiegen. Was soll's. Dann nutzen wir halt diese Fähigkeit, diese Möglichkeit, wenn es schon geht. Oder Moment, ich lege jetzt nochmal diesen Bogen an. Ich habe jetzt ja die scheiß Feuermage platt gemacht. Da kann ich den mal ausprobieren. Aber ich denke, meine Waffe sind immer noch um einiges besser. Außerdem bin ich die viel geübter. Okay, ich habe jetzt gar nicht genau gesehen, wie viel das zieht. Hör auf damit. Ähm, ja gut. Hauptsache er ist tot. So. Nicht schon wieder dieses schwulige Lächter. Na egal. Der hatte auch keine Chance. Schön. Den haben wir auch erledigt. Jetzt legen wir hier das Schussgewehr wieder an. Dieser Schallbrecher. Wieso? Was? Eine Teleportruine. Arkane Forschungen. Und eine Teleporterruine. Transitionsruine. Äh, Rune. Verdammt nochmal. Und wo sind die jetzt eigentlich runtergerannt? Ich will da auch kurz hin. Also eine Transitionsruine, was auch immer das ist. Und ein Buch mit irgendwelchen arkanen Forschungen. Die sollte ich gleich noch lesen. Aber wenn die Musik irgendwann mal aufhören würde, wäre ich auch sehr dankbar. Geht's hier nicht zur, äh, zur Minecrawler-Königin runter? Doch, hier müsste die Minecrawler-Königin sein, nochmal. Cool. Okay. Oh nein, nicht absch... Dankeschön. War nur ein Leck. Okay. Dann lesen wir mal schnell das Buch hier mit den arkanen Forschungen. Wo ist das? Siehst du, arkanen Forschungen, oder? Auf jeden Fall ist es ein Buch. Ah, hier. Ein handgeschriebenes Buch. Es scheint Simerion aus der Tasche gefallen zu sein, es er zu Boden fiel. Es beschreibt Unglaubliches. Transitionen und Crawler-Gespinst. Es ist noch nicht lange her, da ich diesen unglaublichen Zusammenhang zwischen diesen Crawler-Gespinst, aus denen ihre Nester bestehen, und dem inneren Gefüge des Universums entdeckt habe. Diese Crawler-Nester bestehen aus Unmengen diesen Gespinstes, und bilden so eine Art Arkan-Konzentrator, der unglaubliche Energiebündelungen zulässt. In ihnen ist es aber möglich, das Gefüge dieser Welt zu verlassen. Ich nenne diesen vorrangigen Transition. Transitionsdauber. Es ist mir gelungen, einen Sauber zu entwickeln, der einen Übergang in andere Welten erlaubt. Nach einigen Anstrengungen habe ich ihn sogar in eine Runebahn gebannen können. Sie funktionieren nur in dieser Höhle. Fantastisches Erlebnis. Simerian. Schön, Simerian, aber das tut. Was geht jetzt mit der Musik wieder ab? Muss die so aufgedreht sein? Ich nehme jetzt diese Rune und verpisse mich. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Teleport-Sumpflager. Äh, okay. Wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich kann mir denken, was jetzt los ist. Ja, es sieht so aus, als ob das das Ende ist. Jetzt bin ich im Sumpflager. Oh, nein. Nachricht für Paranor. Das Ende der Reise. Ja, wir haben es geschafft. Und hier sind nochmal die ganzen Welten. Seht ihr gleich. Aber jetzt lesen wir doch erstmal diese zwei Nachrichten kurz. Das sollte noch zeitlich reichen. Ja, das passt locker noch rein. Nachricht, ja, wenn ich sie finden würde. Chromanin. Das Ende der Reise und Nachricht für Paranor. Wo ist es denn? Da. Ein leicht verwirrtes Papier, aber noch gut lesbar. Es scheint um dich und deine Mission zu gehen. Hat deine Reise ergeben, wonach du suchtest? Das sind alle... Ja, ich wusste es. Das Treffen mit Elric haben wir gemacht. Die Schreine haben wir gemacht. Das Geheimnis und die Verlassenmine haben wir gemacht. Der Hirte, der Verrückte Mörd. Der Alchemist. I'm the World Tour. Der Fremde SE. Das Buch der Verrückten. Die Pyramide, Meteodimension, die Verlassenmine. Jetzt zeige ich mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Quests müssten das sein, die ich jetzt erledigt habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oh. Oh, ja, nee, Moment. Da sind sogar ein paar unterschiedliche Suche nach Mörd. Stand, glaube ich, jetzt gar nicht auf dem Zettel. Dafür stand der Verrückte Mörd drauf. Also irgendwas stimmt hier auch nicht so ganz. Also gut, egal. Kümmer ich mich gleich noch drum. Das Ende der Reise. Ein dünnes Buch. Was mag drinnen stehen? Es bringt den Hauch der... Von... Von... Den Hauch von Endlichkeit und Abschied mit sich. Ende der Reise. Wie alles im Leben, o Wanderer, muss auch deine Reise ein Ende haben. Das Geschehen dieser Welt hast du beeinflusst. Andere Welten warten auf dich. Sei gewiss, dass du alle Dinge gerichtet, alle Aufgaben erfüllt hast. Augeron der Weise sagt, die Welt, die... Die Welt, sie endet nicht. Der Weg erzeigt sich dir. Die Vergangenheit, die zerbricht, zu deinen Füßen krabbelt wie Getier. Okay. So, und das Letzte, was wir jetzt noch tun können, ist... Äh, hier gegen die Wand rennen? Nein. Wir können noch hier in jede Welt einzeln rein. Das ist die normale Welt gewesen. Das hier war die Meteodimension. Ihr kennt sie noch. Natürlich kennt ihr sie noch. Die krankste Welt von allen. Das hier ist die verlassene Mine. Das hier ist, ähm, die Pyramide. Was passiert hier überhaupt? Hier müsste es ja mehrere Teleporter geben. So, und da können wir uns rein teleportieren und dann landen wir am Anfang. Können wir wieder zurück, hoffe ich. Dann können wir in die normale Welt. Da will ich jetzt... Ja, okay. Das hier ist die normale Welt. Jetzt noch einen Moment. Wo lande ich denn dann? Wieder an der verlassenen Mine, oder? Da will ich aber jetzt gerade gar nicht hin. Ich will jetzt an die andere Stelle. Ich muss nämlich noch zu, äh, wie hieß er? Elric und ihm Bescheid sagen. Okay, ich bin an der verlassenen Mine. Das sagt er mir schon. Jetzt gehen wir doch mal hier kurz hin an. Ähm, genau, da will ich rein. So, perfekt. Okay, wir kommen wieder hier hin. Aber ich hoffe, dass wir nicht an der verlassenen Mine rauskommen, sondern in der Nähe von Elric oder so. Oder beim Anfang, beim Räuberlager oder sowas. Oh, bei der alten... Ja, beim alten Lager ist es noch besser. So, jetzt nehmen wir schnell die Speed. Und rennen runter zu Elric und sagen Bescheid, dass wir alles erledigt haben. Der Butler und das Rätsel um die verlassenen Mine. Okay, weil wir haben jetzt alles geschafft. Wir haben jetzt theoretisch alle Aufgaben erledigt. Ich weiß nicht, ob da noch welche fehlen, weil da standen noch welche. Aber wenn da noch welche fehlen, dann kann's... Also, auf diesem Zettel standen noch welche, aber der Möt... Äh, der Möt. Der Mod ist eigentlich noch gar nicht fertiggestellt gewesen. Den haben die gar nicht ganz fertig gekriegt und den trotzdem schon mal hochgeladen. Deshalb kann es sein, dass es ein paar von diesen Quests gar nicht gibt oder so. Ich schaue auf jeden Fall jetzt noch schnell nach. Aber ich habe bisher immer nur die gefunden, die ich jetzt auch habe. Da schaue ich dann noch mal kurz nach, ob ich... Also, im Internet, ob ich die irgendwo noch kriege und... Ja, ob ich die überhaupt kriege eben. So. Und dann will ich hier noch was ausprobieren. Meteopanzer. Elric! Ja, wie kann ich jetzt... Ach ja, mit der Transitionsruhne könnte ich da jetzt wieder zurück, wenn ich will. So, was gibt's denn da noch zu sagen? Und? Was hast du hier rausgefunden? Habe ich jetzt endlich... Kann ich jetzt endlich die Quest abgeben? Nein, kann ich nicht. Okay, dann ist die Quest wirklich nicht ganz erledigt. Also, äh, der Möt... Der Mod... Verdammter Mist! Der Mod wurde echt nie ganz geschafft, wie es aussieht. Also, kann man auch nicht mal diese Quest hier abgeben. Ich glaube echt, dass dann auch die anderen Sachen fehlen. Und wahrscheinlich wollten sie auch noch einen Zweihandlehrer mit reinbringen, für diese extrem krassen... Für dieses extrem krasse andere Schwert. Aber was ich jetzt noch kurz machen will... Momentchen... Ich renne jetzt mal kurz darüber. Nur so zum Abschied, zum Schluss. Ach ja, ich wollte noch einen Hund beschwören, mit dem ich dann das Level beende. Äh, das Spiel beende. Den Mod beende. Ich renne jetzt aber schnell dahin, dringend. Ihr seht gleich, was ich vorhabe. Naja, ich hoffe, das ist eine gute Position, aber ich denke schon. Rennen wir einfach mal dahin. Und ja, also der Mod ist jetzt eigentlich beendet, soweit ich weiß. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch was kommen wird. Wenn doch, dann mache ich einfach noch einen zusätzlichen Part. Aber ich werde mich jetzt schon verabschieden und... Also jetzt gleich dann... Und nicht sagen, wir sehen uns dann nochmal, wenn ich herausgefunden habe, ob es hier noch mehr Quests gibt. Weil, nein. Vielleicht sehen wir uns gar nicht mehr. Also in diesem Mod. In diesem Projekt. Was haben wir denn hier? Ein magischer Torschlüssel. Nein, ich will jetzt dieses Buch lesen. Chromanin 6. Wo ist es denn? Ich will jetzt nämlich was ausprobieren. Und dazu rufe ich dann auch gleich noch einen Hund, denn ich habe ja einen. So, hier bucht der Monster ein. Scheiße, nichts wie weg. Zwei... Nicht Chromanin 5. So, hier bucht der Monster zweimal. Scheiße, nichts wie weg. Und dreimal. Scheiße, nichts wie weg. So, jetzt einfach mal auf der 2 speichern. Und jetzt sind hier jede Menge von diesen Scammingern. Und ich renne jetzt einfach mal hier hin. Oh Gott, da hinten sind auch noch jede Menge Blutfliegen und alles. Aber ich wette, ich kann die jetzt locker mit dem Schwert hier kurz mal one-hitten. Ich brauche nicht mal volles Leben. Ich mache die jetzt kurz fertig. Aber ich rufe nur einen Hundehorn. Ja, ich rufe nur einen Hundehorn. Ja. Ich rufe nur noch einen Hund her. Hier ist ein Hundehorn. Es verschwindet dann. Er trinkt das einfach. Kann man das mehrmals... Nee, kann es nur einmal. Ach so. Das ist schon wieder. Ach so, ich wusste es. Ach so, drehe nicht so durch. So, jetzt geht es hier los. Ja, ich kann die alle one-hitten. Oh, geil. Alles hier. Alles Metzeln. Oh, die Waffe ist übermächtig. Und ich habe euch ja irgendwann beim Schreien des Wassers gesagt, dass man hier eine Feuerwaffe irgendwann kriegt. Oh, der verliert ja kaum Leben, der Hund. Der ist voll cool. Dass man irgendwann eine Feuerwaffe kriegt. Oh oh. Oh Gott. Dass man irgendwann eine Feuerwaffe kriegt und deshalb den Wächter des Wassers sehr leicht besiegen kann. Und das ist diese Meteoklinge hier. Und die macht ja eh alles platt. Die ist übermächtig hier. Und dann noch die Meteorüstung. Dann ist das alles gar kein Problem. Dann verliere ich nicht mal mehr richtig Leben. Und deshalb ist das... Ja. Ja. Deshalb ist das unsinnig, die Quests erst zu machen, nachdem man schon den Rest erledigt hat. Weil dann kommt man mit diesen Waffen und Rüstungen hierher, dann hat kein Viech mehr auch in Ordnung einen Hauch einer Chance. Und dann ist das ja irgendwie langweilig. Was macht der eigentlich? Der Hund dreht total durch. Ja gut. Ich höre jetzt auf. Ich lasse das Hassel hier rumrennen. Und ich sage euch vielen Dank, dass ihr dabei wart bei Gothic. Die Bedrohung. Es ist meiner Meinung nach wirklich ein kranker Matt gewesen. Und ab als ich das das erste Mal gespielt habe, war ich einfach nur noch schockiert. Also ich konnte echt nicht mehr klar denken, als ich das gespielt habe. Und nur gedacht, meine Fresse. Das haben die denn genommen, die das gemacht haben. Na gut. Das war es mit diesem Projekt. Als nächstes kommt jetzt wieder normale. Das war mein Übergangsprojekt. Und das wurde auch jetzt hier aufgenommen. Und jetzt wird es auch erst nach und nach hochgeladen. Aber bei den anderen Projekten mache ich es jetzt so. Ich nehme sie auf und lasse sie dann direkt danach hoch, bevor ich neu aufnehme. Also ich werde nicht mehr auf Lager spielen, so wie ich es vorher gemacht habe. Ich werde sie immer direkt aktuell hochladen, wenn ich sie gespielt habe. So habe ich das vor. So wird es ab jetzt dann kommen. Sobald ich dann jetzt meine neue Ausrüstung habe, werde ich diese neuen Projekte, diese großen Projekte, die ich geplant habe, dann spielen. Und das war auf jeden Fall jetzt mit Gothic die Bedrohung. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Gothic Mods spielen, die ich gut fand. Und damit ihr die auch alle mal seht, weil es gibt, soweit ich weiß, echt wenige Leute, die die Mods spielen von Gothic und von Gothic 2. Und da gibt es echt verdammt gute Mods. Zum Teil haben sich die Entwickler sehr angestrengt. Und bei diesem Spiel haben sie, wie gesagt, irgendwas genommen. Und so durchgedreht, vor allem mit diesen Meteokolossen, wenn man die da sieht, vor seiner Nase. Gigantisch. Naja, okay. Auf jeden Fall, ich sage euch jetzt, macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao.